Hier ist dann auch immer der Empfangscocktail, hier ist die Bar, hier ist das große Showprogramm, da ist jeden Abend, hier ist hier eine Show und man kann komplett draußen sitzen, das ist halt echt richtig schön groß. Und man bekommt die komplette Show hier auf der Terrasse, draußen ist auch noch ein Bar, da kommt man super schön mit. Vielen Dank.